WICKED STUDIOS und Kabal spielt Divinity Original Sin 2. Ich weiß noch, dass wir es beim letzten Mal versucht haben zu deaktivieren, aber es ging nicht. Vielleicht muss man ein Spiel neu starten oder das geht. Scheiße. Wir beginnen nun endlich, endlich ein neues Spiel. Ja, ja, Rätsel und so. Nicht spoilern. Ich sag dann schon, wenn ich Hilfe brauche, okay. Sonst gehen wir in den Sub-Mode oder wo dann nur die Mods schreiben können und so. Zu lange schon war ich fern meiner Familie. Zu oft war ich nicht da, wenn sie mich brauchten. Meine Erinnerungen schwinden nun ins Nichts. Ich dachte, diese Schule wäre ein neuer Anfang. Fern der Vergangenheit. Aber ich irrte mich. Wie konnte es nur so weit kommen? Wieso ist diese Schule so leer? Niemand bringt uns die Vergangenheit zurück. Aber wie kann ich, nachdem mir so viel genommen wurde, weitermachen? muss ich nicht alles versuchen, wenn die ersehnten Antworten hinter diesen Mauern verborgen sein könnten? Oder suche ich am falschen Ort? Oh, wie schön das ist. Sei gegrüßt, junger Freund. Ich werde dir helfen, einige der Grundbefehle des Spiels zu verstehen, die sich in deinem Abenteuer als nützlich erweisen werden. Wenn ich so schnell rede, kannst du jederzeit auf die Schaltfläche Pause im Textfenster klicken, um das Gespräch zu unterbrechen. Sehr gut. Nur weiter. Wenn du bereit bist, fortzufahren, klicke sie erneut an, um den Dialog fortzusetzen. Möchtest du dir nicht anhören, was ich sage, kannst du auch auf Überspringen rechts unter der Pauseschaltfläche klicken. Also, zu Beginn musst du mir zu meiner Kutsche auf dem Hügel folgen. Dort, wo du hingehen kannst, erscheint der Zeiger als goldener Stern. Drücke die linke Maustaste, um zu dem Punkt zu gehen, den du angeklickt hast. Möchtest du in ein Gebiet gehen, für das die aktuelle Kameraperspektive verändert wird, leuchtet der goldene Sternzeiger blau. Über den Bereichen, in denen du nichts machen kannst, erscheint ein roter X-Zeiger. Na los, versuch mir zu folgen. Was redet dieser seltsame Mann da? Das Leben, was? Oh, fast hätte ich den Sand, Wurzer. Schnauze. Er sagt, das Leben sei ein Spiel, oder was? Ist der in einer komischen Sekte? Und dann redet er über irgendwelche Schaltflächen. Ich bin eine Protagonistin, ich sehe keine verfickten Schaltflächen. Was ist das für ein Schmirland, ein Scharlatan, ein Harlequinist? Ja, bitte? Weiger vergessen. Er sagt dir, dass du warten musst, bis die aktuelle Aktion abgeschlossen ist, bevor du etwas anderes tun kannst. Nun gut. Wir befinden uns also in diesem wunderschön gerenderten und unglaublich flüssig animierten Waldstück. Und die gehen erst einmal hin verrückt. Nun gut nicht. Ähm. Oh. Ich drücke gerade die rechte Maßstaste. Damit sehe ich, wo ich bin. Sehr gut. Sehr praktisch. Sie geht überall... Nein? Sie läuft größere Distanzen und sie geht kürzere Distanzen. Sie ist in diesem Falle unsere Protagonistin. Ähm. Welche immer gleich im Schatten steht, egal wie es in der Sonne steht. Nun gut. Nun gut. Äh. Das Spiel ist ja auch aus dem Jahre Epitante, sagt man schnell an. Das Spiel hat eine integrierte Komplettlösung, die wird meine Hilfe nicht brauchen. Ähm. Ich wäre sehr dankbar um deine Hilfe, wenn du mir sagst, wo das Spiel abstürzen kann. Das auf jeden Fall. Und so die Ingame. Oh. Was? Du musst das Schattarier abschließen. Okay. Hä? Oh. War das das? Ist das die... Ist das die integrierte Komplettlösung? Wow. Wow. Okay. Wir besitzen ein Amulett. Ein mysteriöses goldenes Amulett, das ein liebliches Wappenbild... Nein. Wiegenlied spielt. Das ein liebliches Wiegenlied spielt, wenn man es öffnet. Es befindet sich in Lydias Besitz, seit es Celeste es ihr in einem Freundschaftsritual gab. Oh, diese Celeste mit ihren 20.000 Toten. Wir besitzen noch nicht... Das und 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 das. Okay. Ah. Noch mehr. Ähm. Noch gut. So, so. Bin ich zu dunkel? Ist das Spiel... Das Spiel sieht okay aus im OBS? Ah, ich... Das passt schon, denke ich. Wir speichern erst mal rasch. Es gibt nur einen Slot, ja? Oh. Nur gut. Äh. Da wissen wir schon viel. Nur gut. Sind wir... Gut. Also es kann passieren, dass du dich an einem bestimmten Punkt während deines Abenteuers verirrst und Hilfe brauchst. Oh. Was für ein Glück. Die Hilfe ist ganz in deiner Nähe. Klicke einfach auf das Fragezeichen unten links auf dem Bildschirm. Oh. Wenn du es zum Beispiel anklickst, während du ein Rätsel lösen musst, erhältst du Hinweise zu seiner Lösung. Hinweise, Alter? Wenn du es bei deinen Erkundungen anklickst, zeigt es dir deinen nächsten Schritt, um auf deiner Reise voranzukommen. Mit der großen grünen Plus-Schaltfläche auf der linken Bildschirmseite gelangst du in das Benutzermenü. Klickst du diese Schaltfläche an, wird sie zu einem roten Minus und die verschiedenen Einträge des Menüs werden angezeigt. Klicke die Schaltfläche, solange sie rot ist, um das Benutzermenü zu schließen. Wenn du dich bei geöffnetem Benutzermenü bewegst, schließt sich das Menü automatisch. So. Weitere Informationen über das Benutzermenü findest du im Handbuch des Spiels. Äh. Und jetzt folge mir zu meiner Kutsche. Ja, gleich. Guck mal. Ich hab ganz offensichtlich hier rausgeklickt. Das war nicht das letzte Mal, dass das passiert. Das ist ja blöd, wenn auf der Seite ein Beamer hängt, auf der Seite der Seite ein Monitor. Aber ohne geht's halt auch nicht. So, gut. Nur, dass wir nichts verpassen. Während deiner Reise triffst du auf andere Leute, wie mich, mit denen du interagieren kannst. Um mit ihnen zu sprechen, musst du deine Maus über den Charakter bewegen. Du wirst bemerken, dass sich der goldene Stern zum Sprechblasen-Symbol verändert. Wenn du nun klickst, erscheint ein Menü, in dem du Gesprächsthemen auswählen kannst. Sobald dir neue optionale Gespräche zur Verfügung stehen, erscheint über der Hilfe-Schaltfläche eine gelbe Schaltfläche. Hm. Klicke sie an, um das Auswahlfenster aufzurufen, und klicke sie erneut an, um sie wieder zu schließen. Ähm. Hä, wie was? Äh, Hä? Moment. Okay, das war jetzt komisch, äh, hab dich doch gar nichts gemacht. Das hier anklicken. Nein, dich anklicken. Was gibt's denn hier für eines? Geile Schuhkarre. Und sonst? Ähm, hm, hm, hm. Ein Hoverboard hat er auch dabei. Ding Dong, nix, okay. Fett großer Wagen, ey, wer zieht so'n Ding? Er könnte mir den, hm, Lupenzeiger erklären. Mir, der Protagonistin. Könnt ihr mir den Lupenzeiger erklären? Mhm, oh nein. Natürlich. Wenn du deine Maus auf die kleinen Türen meiner Kutsche platzierst, wirst du es sehen. Hä? Und wenn du ihn einsetzt, zeigt er dir das Objekt, das du ausgewählt hast, aus der Nähe. Um den Vergrößerungsmodus zu verlassen, musst du einfach die blaue Zurück-Pfeilschaltfläche unten links auf deine Anzeige anklicken. Okay, warte. Das ging doch vorhin noch nicht. Okay, warte. Ich fall's nochmal alles ab, das will ich ausprobieren. Ersetze Maus mit Muschi, hm. Könnt ihr mir den Lupenzeiger erklären? Natürlich. Wenn du deine Maus auf die kleinen Türen meiner Kutsche platzierst, wirst du es sehen. Mach zum Glück. Und wenn du ihn einsetzt, zeigt er dir das Objekt, das du ausgewählt hast, aus der Nähe. Um den Vergrößerungsmodus zu verlassen, musst du einfach die blaue Zurück-Pfeilschaltfläche unten links auf deine Anzeige anklicken. Wirklich? Was besseres? Okay. Oh. Geil. Renderanimation. Danke. Meine Flaschen aus einem fernen Land. Eine. Er reicht ja auch so eine Flasche Wein. Wir sind auf dem Weg auf eine Schule, oder? Also auf eine Magierschule. So studentenmäßig. Da muss man schon was mitbringen. Der Karan ist relativ fest gefahren. Sieht nicht geil aus. Hey, was? Mein Wein. Vielen Dank für eure Hilfe, Sir. Aber, was? Okay, ich muss jetzt gehen. Viel Glück. Na tschüss. Ich passe auf den Wein auf. Danke. Okay. Meins. Das sieht so. Ich will es nicht sagen, er irgendwie erinnert an ein Himmelbildspiel, das möchte ich nicht sagen. Nein. Wieso? Okay. Jetzt tut es das. So komm jetzt. Alte. Nimm die Pulle. Alkoholismus. Alkoholismus. Kein Alkohol für die. Maul. Ja. Wenn ich mit dem Alkohol speichere. Na egal. Ähm. Könntet ihr mir noch andere Mausteige erklären? Guter Mann. Guter Mann. Wann. 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 Hat sich einfach verpisst. Tja, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Naja, ok. Sieht aus, als hätten wir zumindest Satelliten empfangen. Und sonst, äh. Sieht allgemein sehr geil aus. Perspektivisch ein wenig meh. Aber, doch, doch. Ist das eine oberne Uhr? Die kann man von nie regens auf dem ganzen Gelände erkennen. Aber auf jeden Fall geil. Nein, doch. Ähm. Ich denke mal, ich denke mal, so wird der Hogwarts aussehen, wenn die Schule in der Schweiz stehen würde. Also so eine Schweizer Zaubererschule. Ja, eh. Wunderschöne guten Abend, Quickie. Ja, da ist recht. Wie geht es dir? Hier. Game. Capsackle. Wir haben gerade erst angefangen und wurden von Herr Tutorial in selbigem im Stich gelassen, zurückgelassen. Wir haben so einen Wagen, darin steht Wein. Da, äh. Den können wir auch nehmen. So, wimmelbildmäßig. Flunk. Auf einem fernen Land. Weinflaschen. Eine. Davon. Und was ist das? Mustacho. So. Heißt der Kerl so? Mustacho? Also Schnauzbartus. Endlich Feierabend Bierkalt stellen nach kaputtem Schaffen von 37 bis 1930. Und zwar auch allerhandlos. Aber nicht so abartig. So. Wir gehen nun also zum Schloss Tutorial. Äh. Erungenschaft freigeschaltet. Hier ist es ja wunderbar. Allein der Anblick war die Reise schon wert. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Schule lieben werde. Ja. Geil. Doch. Hallo. Öffnet, verdammte. Schätze, das hat niemand gehört. Puh. Diese Türen kriege ich niemals alleine auf. Wenn ich mich ein wenig umsehe, finde ich vielleicht jemanden, der mir helfen kann. Oder etwas. Jetzt jetzt fürs Abschließen. Ja. Ruhe. Errungenschaft freigeschaltet. Gehe einen Schritt. Mache einen Klick. Spiel das Spiel zur Hälfte durch. Wobei das ist oft schon eine Errungenschaft. Aber trotzdem so. Es gibt übrigens in dem Spiel auch eine integrierte Komplettlösung. Ich muss nur hier draufklicken. Ich mache mal ganz kurz Licht. Kleinen Moment. Ich mache mal ganz kurz Licht. Kleinen Moment. Moment. Das war das. Nein, das war. Nein, das. Ja. Okay. Okay. Also, schauen wir mal. Wir sehen ja zum Glück, äh, sämtliche Worte, die wir begehen können. Oder wir weiterkommen an einen anderen Ort und die wir so übergehen können. Die roten Kreuze sind nicht beliebbar. Oh, schön. Ich bin sicher, dass sie gesagt hat, sie würde bei diesem Brunnen auf mich warten. Merci. Also, ich finde es allgemein sehr, sehr schön. Nein, ähm, das ist ein Remake von dem Spiel von vor zehn Jahren. Sieht natürlich dementsprechend besser aus, aber, ähm, wow, ich finde es sieht geil aus. Äh, ich denke auch, dass es in einer geringeren Auflösung und so auch damals wirklich schön ausgesehen hätte. Kann ich mir mal zu Gemüte führen. Bis dann. Nein, wenn jemand da ist. Bislang bin ich es aber so zufrieden, denke ich. Kann ich das hier wohl untersuchen, während ich warte? Ja, nur zu. Also, man habe hier ein... Danke. Was für ein seltsames Ding. Gut ist also für das Milchfretzel, hä? Ja. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Also. Ja. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja. 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 Er ist ein gutes Haltes Spielen mit Play-Doh-Rätseln, aber hey, easy. Errungenschaftsfreigeschaltet, schwerstes Risschen im Spiel, gelöst, Motherfucker. Und jetzt öffnet, verdammt. Ups, naja. Ja, das wäre das. Wenigstens komme ich jetzt hinein. Das fand man miserabel damals. Hm. Also ich finde ihn jetzt gut. Ähm. Jedes Mal, wenn ich schreibe, hängt das Bild fest. Jetzt halte ich die Klappe. Du willst nur nicht scheiden. Du willst dich nur nicht beteiligen an der Community. Du willst nur, nur, nur... da hocken und konsumieren, während sich der fette, alte Mann einen abschuppt. Ähm. Da gibt es nicht mehr wirklich viel Orte zu erkunden, oder? Ich meine, hätte ja sein können, dass es vielleicht noch, ähm... irgendwas gibt, um uns von dem... Fick dich Neuladmus. Ja, das wär auch ne Idee. Naja, irgendwas gibt, um uns von dem... äh, von dem schweren Haupträtsel abzulenken. Vielleicht so ein paar... weniger knackige Nebenrätsel, oder so, ähm... Aber nun denn. Nun denn. Es ist soweit. Ja. Hi, tut mir leid, wenn ich uneingeladen hereingeplatzt bin. Aber niemand hat aufgemacht, als ich klopfte und... Hallo? Jetzt geh ich schon rein, hübscht. Ich möchte das Spiel auf meiner Weise spielen und erkunden, wo ich kann. Und auch, wo es nicht kann. Nun, ähm... Hallo. Oh, bestimmt wieder so von der Spiel herweg sind. Ja, das müssen wir gerade nicht vergessen. Ich will, dass wir gerade ein paarbnilden sind, die wir dann noch verstanden haben. Aber wenn ich gerade nicht verstehe, dass wir das noch nicht vergessen haben. Ich frage mich, was diese seltsamen Symbole bedeuten. Ich kann das Geschriebene immer noch nicht lesen. Dann lässt es halt bleiben. Ich kann das Geschriebene immer noch nicht lesen. Oh, ich muss da draufklicken, um es zu beschwingen. Okay. Nun gut. Und da unten? Nichts. Dasselbe. Ey, wenn es eine Errungenschaft gibt, das Spiel ohne den Fragezeichen-Button durchzuspielen. Ich bin die Tante total aufgelöst. Und im Tutorial extra gesagt, man muss den Fragezeichen-Button drücken, ey, dann bringe ich um. Hier fließt kein Wasser, auf der anderen Seite schon, oder? Ah, nee, das ist nur sowas, ja. Das ist gar nix. Ich hoffe es doch. Hm, muss ich mir eingebildet haben. Ah, ich bin safe sicher, sie hat sich bewegt. Hat. Ja, ich habe gesagt, ich bin safe sicher. Hm, muss ich mir... Das Spiel kommt noch aus der Zeit, wo ich normal, schön und eng war. Da muss man doch durchdrehen. Ja. Hatt mich doch. So, also, guck mal da. Ah. Eine E-Gitarre steht an der Wand. Nein, es ist ein Hebel. Warum geht es nicht auf? Vermutlich fehlt ein Zahnrad, gute Frau. Es klappt immer noch nicht. Das kann man auch nicht irgendwie benutzen oder so, nur besitzen. Ähm, aha, da. Ist da oben jemand? Kann mich jemand hören? Nein. Oh, gut, ich dachte schon, ich müsse mir Sorgen machen. Oh, war er nicht beeindruckend. Allerdings. Ein Zahnrad brauchen wir, hä? Ich schaue. Vielleicht liegt da ja eines im Wasser. Nein. Wie oft kann ich sie wohl die Treppen hoch und runter jagen, bevor sie erschöpft? Und, äh, zu Boden geht. Oh, wie hübsch. So, und jetzt. Sprengen. Kannst du ein bisschen näher? Kann man ein bisschen näher hier an... Nein. Zeig dich mal. Schöne Frau. Ja, kann man auf jeden Fall machen, so mit den Tätowierungen und allem. Oh, das ist ein Armreif. Und eben, und der Gefährtenhaarlocke und so. Ja, da fällt bestimmt nicht auf. Gut, wir sind ja schließlich eine angehende Magierin, nicht wahr? Ist jemand hier drin? Verdammt, die Tür ist versperrt. Ja, wir spielen Quickie, äh, das Spiel extra zu Ehren von Hippie-Tante, weil sie heute Geburtstag hat. Oh, da geht's noch weiter hoch. Und... Ah, Bücher, mein Spezialgebiet. Nein, nein, ich... Oh, Musik. Aber zuerst... Alles Gute, Happy Birthday, too, Hippie-Tante. Da komm ich gar nicht hin, hä? Da oben ist noch eine Empore, okay. Hup, 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 was geht denn das? Das ist hektisch. Da will uns die Kamera doch von irgendwas ablenken. Fahne schwingen Champagner-Kölb! Ich hab dich voll scheiß angehört. So komm. Da oben ist noch eine Glühbirne kaputt. Jetzt könnte der... Der... Äh... Kana Long Maintenance Typ mal fixen, oder wie das hieß. Diese Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Hehehehe. Hehehe. Okay, wir brauchen allerlei Schlüssel. Ein bestimmtes Zahnrad. Davon gehe ich aus. Da oben haben wir gerade. Den Büchern so... Nimm mich. Das lag jetzt wieder runter. Man könnte auf jeden Fall noch die ähm... andere Seite der... Also die andere Empore Treppe... Keine Ahnung... angucken. Mal hier. Mal hier war diese Tür. Aber da hinten... Geht's da noch hoch? Müsste eigentlich, oder? Da hinten? Nein. Okay. Hm. Und diese Bänke sind... Ah, da. happy 35. Muah. cellent. Das war da unten. Nein. Unsteigbar. Du developisen schwer. Alles gut. Alles gut. Es ist ein großer Ort, nicht wahr? Was gibt es denn hier so zum Angucken? Gar nichts. Schade. Gargoyles. Da war so ein ekliges Gargoyle-Rätsel im Toonstruck. Boah, war das lästig. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Ich wusste doch, dass die Akademie nicht völlig leergefegt sein kann. Ich hoffe, das Geräusch stammt von jemandem, der mir helfen kann. Oder etwas, das ich nicht töten kann. Methbeid spielt Doom. Ja, dann würde ich sagen, Quickie, sag's ihm in Liegengruß. Ah, die vier Hausratten, oder fünf? Wer hat, wer weiß nicht, fünf, sechs. Das wäre schließlich eine Schweizer Zaubererschule. Da geht es hauptsächlich um sechs, darum sind es auch sechs Hausratten. Als da wären der Drache, und der Drache, und der Drache, und der Drache, und... Das klingt, als würde jemand oder etwas auf Holz kratzen. Wir Schweizer sind nicht sehr einfallsreich, aber wir haben geile Frisuren. Ich frage mich, wer oder was dort drin ist. Besser, ich bin vorsichtig. Ich lese Latsch hin und mache hinein. Hallo? Beeil dich! Hol mich hier raus! Ich habe genug von diesem dämlichen Scherz! Das ist ein Hund, der uns töten wird. Okay, warte, kann ich da eine Pfeile oder eine Keule? Ja, genau. Okay, gut, ich nehme sicher mal das hier. Das sind schöne Werkzeuge, aber ich sollte sie nur mitnehmen, wenn ich sie wirklich brauche. Schließlich gehören sie mir nicht. Dann halt offensichtlich noch nicht. Dann kriegst du halt nachher dahin, wenn du die Bestie an der Kehle hast und... Hilfe! Ich mache alles für dich, wenn du die Tür öffnest. Ja, ja, ja. Dann hat diese Kreatur aus der Dunkelheit neulich auch gesagt, äh, damals auch gesagt. Und jetzt, äh, habe ich den Salat. Ähm. Da sind die nicht hergekommen, okay. Jetzt mal rausfinden, welchen... Hört auf mit dem Quatsch! Ja, sein Maul. Das ist nicht mehr komisch, la... Ganz offensichtlich hinter der mit der Schreckflase und die leuchtet. Moment, klick. Hol mich hier raus, bitte! Ich kriege diese Tür nicht auf! Sie ist versperrt! Ist vielleicht gar nicht schlecht, wer weiß. Okay. Ich kriege diese Tür nicht auf! Besser, ich fasse nichts an, bevor ich nicht weiß, was... Ja, dann rede... Okay, warte. Was bist du? Warum versteckst du dich in diesem Schrank? Warum versteckst du dich in diesem Schrank? Das ist ein Hau rein! Ich verstecke mich nicht! Ich bin eingesperrt! Mach die Tür auf! Wieso bist du der Einzige, den ich in dieser Schule gefunden habe? Was soll das heißen? Ich bin der Einzige! In der Akademie gibt es hunderte von Studenten und Dutzende von Lehrern! Sieh in der Eingangshalle nach! Da sind jede Menge Leute! Und vielleicht lässt mich jemand von denen hier raus! Wer bist du? Mein Name ist Zach! Ich bin ein mächtiger Drache! Ja, mal gucken! Als würde er mit einem Kleinkind reden! Ich mache diesen Button! Ich mache diesen Button!